Was geht ab, Freunde der Sonne? Willkommen zurück zu Drug Dealer Summerlider. Wir müssen heute... Was müssen wir machen? Wir müssen immer noch einen potenziellen Typen irgendwie Drogen schenken. Den finden wir nicht. Und wir müssen East Old Town und den alten Marktplatz freischalten. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Das ist jetzt Tag, immer noch Polizeistunde. Mittlerweile ist es eine Polizeiwoche. Ich weiß nicht, warum das Stunde heißt. Und jetzt finden wir aber safe irgendjemanden, den wir gratis ein bisschen Stoff andrehen können. Ich bin ja immer noch auf der Flucht. Fuck, ich bin ja völlig falsch. Ja genau, hier hinten durch. Und dann gehen wir auf diesen großen Platz hier. Und hier fängt man jetzt irgendeinen. Ich stehe hier nur so rum. Ich habe überhaupt gar keine Drogen dabei. Wem sollst du hier eine kostenlose Probe geben? Es ist kein... Seit ich dieses Spiel spiele, stand hier noch nie jemand rum. Hier ist so ein Obdachlosencamp. Er soll jetzt an den Wohnwegen klopfen, oder was? Was geht denn hier ab? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Da ist es kein Arsch hier. Wem soll ich so fuck Drogen geben? Was ist das für ein Bullshit? Er hier. Gott sei Dank, bitte. Alter, ich bin so lost. Ich bin so lost, Alter. Oh mein Gott. Ich habe gar keine Drogen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal heim und kaufen neuen Stoff. Alter, das kann nicht wahr sein. Unfassbar. Ich habe echt einfach vergessen, Stoff zu kaufen. Habe ich hier vielleicht noch was? Verpacken. Ach, ich habe 13 Gramm. Dann passt's ja eh. Machen wir mal drei Päckchen mit zwei Gramm. So, ein paar Aufträge. Was brauchst du? Ganja. Vier Gramm kriegst du. Du möchtest zwei Gramm Bambinos. Keine Ahnung, was Bambinos sind. Der will auch Gras. Bist du imstande, zwei Gramm grüne Fee zu liefern? Das ist doch auch Gras, oder? Ich glaube, das ist Gras. Halt, aber noch einen Auftrag. Was ist der mit den Bambinos? Ich weiß nicht, was Bambinos sind. So, da brauchen wir vier Gramm. Dann machen wir noch drei Päckchen mit zwei Gramm. So, fertig. Gehen wir wieder zu diesem Kackvogel da am Sportplatz. Da geht er, da geht er. Alter, was ist mit dir los? Ey, psst. Wie scheiß Frieser. Ja, zwei Gramm kriegst du. Na wow, natürlich gebe ich dir alles, was ich besitze. Haben sie dir ins Hirn geschissen? So. Gut. Gut. Sind wir, sind wir fein? Okay. Dann müssen wir zu Pepin Kuchanka, oder? Pepin. Ah, hier. Voll. Und Wayne Deep ist hier oben vor meinem Haus und Carol Coco. Die Polizeistunde ist vorbei. Das sehe ich jetzt erst, wie geil. Klar habe ich dein Dope, Bro. Schmecke lassen. Und sie ist hier drüben. Da haben wir eh schon wieder alles vertickt. Alter, ich sag's euch. Wir haben es mittlerweile aber so richtig drauf. Es ist fast schon easy mittlerweile. Du wolltest vier Gramm, oder? Zack. 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 Wieder alles verkauft, Alter. Ja, dann holen wir uns neuen Stoff, würde ich sagen, oder? Wir machen jetzt nochmal so eine Tour. Holen uns nochmal so ein bisschen Stoff ran. Und dann kümmern wir uns um den alten Marktplatz. Ich brauche nur einen Stoff. Und zwar möchte ich 20 Gramm Marihuhana. Mit 60 Dollar, warum? Ach, weil ich dem Arschloch wieder Kohle schulde, oder? Ja gut, dann geben wir dem jetzt erstmal wieder Kohle. Boah, das ist nervig. Warum hat denn der kein Paypal? Hey, Bro, Digga. Ich will mit Eddie reden. Ich will mit Eddie reden. Lass mich. Ja, was war das? Danke. So, jetzt können wir einen neuen Stoff bestellen. Da machen wir noch eine so eine Tour durch. Und dann schauen wir, dass wir die Plätze freischalten. Okay. Das geht nicht. Dann kauf mal für 150 Machihuhana. Woll. Dann nochmal heimholen wir uns neue Aufträge. So. Jawoll, ohne Ende Aufträge. Ganja, kriegst du? Der will auch Gras. Oh, der will Amphetamin. Habe ich jetzt keine. Was sind Bambinos? Der will auch Gras. Ähm, Bambinos ist Amphetamin. Naja, großartig. Habe ich jetzt nicht. Liefern und fertig ist die Lauge. Und wenn wir da fertig sind, dann gehen wir den alten Marktplatz freischalten. Dann haben wir eigentlich auch mal so ein bisschen Kohle übrig. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? Wir müssen eigentlich echt viel Geld haben. 243 Dollar. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Level 4, Junge. Alter, wir können bestimmt wieder was upgraden, glaube ich. Scheiße, die Volt. Vergrößert die Preise, die du für ein Produkt verlangen kannst, womit auch die Zahl der Verkäufe steigt. Verringert die Zeit bis zum nächsten Einkauf eines... Komm. Neh mal mit. Ich bin der Dealer. Ich habe das Dope. Der Mann mit dem Koks ist da. Eins kriegst du. Mehr nicht. Mehr nicht, mein Freund. Teils dir ein. Sei sparsam damit. Und pass gut auf dich auf. Warum? Im Gebüsch hat er sich versteckt. Jetzt bräuchte man halt noch Amphetamin, gell? Bin ich gerade am überlegen, ob wir uns das Amphetamin noch schnell bestellen, bevor der Auftrag flirten geht. Vor allem hatte ich ja zwei Aufträge für Amphetamin. Das machen wir noch schnell, bevor der Auftrag weg ist. Muss ich dem aber wahrscheinlich erst wieder Kohle geben, gell? Ne, Limit 70 Dollar. Okay, perfekt. Zufügen. So, nach Hause verpacken den Shit. Brauchen wir zwei Gramm. Ach, wir haben ja hier noch einen Auftrag. Du wolltest nämlich Speed, genau. Und du wolltest... So eine Fee. Ich habe noch genug Gras, glaube ich. Hey, ich habe auf jeden Fall noch genug Gras. Verpacken. Mal das Paket. Zweimal zwei Gramm. Schaffen hinzufügen. Und Amphetamin. Ich wollte vier Gramm, oder? Mal zwei hinzufügen. Achso, das sind zwei, die zwei haben wollten. Okay. Los geht's, Leute. Carol. Der wollte... 4 Gramm. Erledigt. Die stehen auch nebeneinander. Es ist ja so perfekt, Alter. Das könnte gar nicht leichter sein. Hier. Die andere hier, oder? Jawohl. Ach, das war John Lennon. Zack. Fertig. Fertig, Leute. Als nächstes machen wir alter Marktplatz freischalten. Schalte East Old Town und den alten... Wieso ist East Old Town eigentlich noch nicht freigeschalten? Das check ich nicht. Da arbeite ich doch schon die ganze Zeit, oder? Kann ich nur an den scheiß Graffitis liegen, oder? Vielleicht muss ich den Respekt vollkriegen bei East Old Town. Dann hätte ich wahrscheinlich einfach weiter dealen sollen. Aber so geht's eigentlich schneller. Ein, zwei Sprays noch und dann ist das erledigt, Freunde. Geil. Max, hab ich's jetzt freigeschalten? Alter, die Scheiße ist auf Maximum. Willst du mich verarschen? Das ist doch auch grün. Geht's darum, weil der alte Marktplatz... Weil das eine Mission ist. Also schalte East Old Town und den alten Marktplatz frei. Weil ich East Old Town nur freigeschalten hab, den Marktplatz, aber nicht deswegen ist die Mission nicht abgeschlossen. Versteht ihr das? Was für ein Problem, das wir hier haben, Leute. Dann gehen wir jetzt zum Marktplatz und... Hab ich noch Gras dabei? Ich hab gar nichts dabei. Das ist der alte Marktplatz. Da sprühen wir uns jetzt einfach die Seele aus dem Leib. Ich kann hier nicht sprayen. Was muss ich denn dann machen? Alter, ich check's nicht. Muss ich mehr Deals machen vielleicht? Dann geben wir Eddie jetzt seine Kohle wieder. Ich kann die Preise bearbeiten. Mal die mal ein bisschen... Der Preis geht mal hoch auf 15 Dollar. Einige deiner Preise sind zu hoch. Mal 12 Dollar. Können wir damit leben? Darf ich auch noch ein bisschen was verdienen? Auch noch zu hoch. Alter, hau mir doch ab. Okay. Alter, Marktplatz freischalten. Leck mich doch fett. Wo war denn jetzt bitte das Problem die ganze Zeit? Speed. Okay, kriegst du. Gras kriegst du auch. Minus kriegst du auch. Mein Gott, was ist denn das? Wie lange kann ich denn das schon machen? Einmal zweimal Amphetamin, einmal dreimal und einmal zwei Gramm Gras. Das Paket, zwei Gramm. Voll. Jawohl. Hier, sechs Gramm. Mann, das sechs Gramm? Scheiße, ich habe ein Hirn wie ein Sieb. Ne, einmal drei und einmal zwei Gramm. Okay. Und ausliefern. Alter, ich schwör's euch. Das Geschäft läuft. Das läuft so krass. Ich komme ja gar nicht hinterher mit den ganzen Anfragen. Wie oft der Stoff braucht. Der liegt hier irgendwann tot hinterm Zaun. Das schwör ich euch. Alter, noch auffälliger kannst du dich nicht hinstellen, oder? Passt das nächste Mal ein bisschen besser auf. Du hast sogar eine Warnweste an, Alter. Ist das dein Ernst? Eine Warnweste? Perfekt. Stink und Kennel. Wo ist das? Hier oben. Kennel. Stink. Ja, dann gehen wir da mal hin. Nein, wir gehen da nicht hin, weil wir nichts dabei haben. Wir haben keine Spraydosen. Das heißt, wir können unser Gebiet nicht markieren da dort. Und wir haben kein Gras, also können wir auch keine Gratisproben geben. Ich habe erst, wir gehen das nochmal nach Hause. Dann nehmen wir uns ein bisschen Gras mit. Wird wir hier ein paar Proben verteilen können. Zweimal zwei Gramm. Dann bringen wir Eddie schnell seine Kohle, dass der uns nicht nur aufs Dach steigt. Ihr wisst, wie Eddie ist. Der ist ein bisschen pingelig, was sein Geld angeht. Eddie, alte Fischhaut. Klar hier. Nix, kein Ding. Wir hören uns. Und dann müssen wir noch zur Tankstelle. Tankstelle ist eigentlich Richtung Kennel. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Tankstelle und dann weiter nach Kennel. Spann, ob Copmira wieder drin sitzt. Logisch. Hey, Kaddi. Ich brauche ein paar Spraydosen. Gar kein Ding. Ich bin gleich wieder weg. Wo ist denn Kennel? Ach, gleich in den Mann? Wie geil. Oh, das ist eine Polizeistation. Hä, das ist da drin? Was? Wie soll das gehen? Okay, dann gehen wir erst zu Stink. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Und das hier ist Stink. Na, jawohl. Abgeschlossen. Das ist nicht wie ein Gebiet freischalt. 100 Pro hätte ich das am PC machen müssen. Oh, das tut weh. Aber ich kann ja hier nichts anderes. Es geht ja nichts. Jetzt bin ich gespannt. Ich brauche am alten Marktplatz mindestens ein Respekt von 800. Und mindestens Dealer Stufe 6. Dann kann ich das Ding freischalten. 200 IQ-Freunde. Aber dann haben wir was, worauf wir uns das nächste Mal freuen können. Perfekt, bis dahin, reingehauen. Remember me for centuries. I'ma find my teenage dreams. No, it's nothing wrong with me. The kids are all wrong. The stories are wrong. Heavy metal broke my heart. Come on, come on and let me in. Bruises on your thighs like my fingerprints. So this is what... Die Prefekt. Dann kann man nur họen sein.